Die Polytechnische Schule Dornbirn legt viel Wert auf ihr Coaching-System. Die Lehrkraft geht individuell auf die Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler ein. Sie begleitet sie von der zweimonatigen Orientierungsphase bis zur passenden Lehrstelle. Das vielfältige Angebot an Fachbereichen hilft den Jugendlichen in ihrer Selbstfindung. Betriebe kommen auch regelmäßig an die Schule, um sich dort vorzustellen. Nicht nur berufliche, sondern auch persönliche Selbstentwicklung wird hier ermöglicht. Das wertschätzende Coaching-System führt zu einer Stärkung der Individualität sowie der Autonomie. Während dieses Prozesses wird ein enges Verhältnis entwickelt. Das ist die Grundlage für eine optimale Unterstützung in der Berufsorientierung. Durch die Verlässlichkeit der Ausbildung bekommen beinahe alle eine geeignete Lehrstelle nach Abschluss der Schule. Die Polytechnische Schule Dornbirn verdankt ihren Erfolg ihrem pädagogischen Feingefühl in der Begleitung ihrer Schülerinnen und Schüler, gerade in dieser wichtigen Phase der Reifung. Musik 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 M cafala